Was ist passiert? Was haben Sie mit meinem Bauch gemacht? Was ist hier los? Wir haben Ihnen ein Päckchen eingesetzt. In Ihren Unterleib. Sie werden etwas sehr Spezielles für uns transportieren. Nein, nein, nein. Verstehen Sie mich? Ja. Kriegen Sie mich ins Krankenhaus jetzt. Krankenhaus. Jemand hat mir ein Drogenpaket eingesetzt. Sie müssen es rausholen. Es ist undicht. Man schätzt, die meisten Menschen nutzen lediglich 10% ihrer Gehirnkapazität. Stellen Sie sich vor, wir könnten 100% nutzen. Es würden interessante Dinge geschehen. Ja? Professor Norman, mein Name ist Lucy. Ich habe Ihre Forschungsarbeiten über das menschliche Gehirn gelesen. Es gibt ein paar Lücken, aber Sie sind auf der richtigen Spur. Danke. Ich habe Zugriff auf 28% meiner cerebralen Fähigkeiten. Ich spüre jedes Lebewesen. Seit wann schreibst du denn chinesisch? Seit einer Stunde. Was passiert, wenn sie die 100% erreicht? Ich habe keine Ahnung. Mit diesem Wissen können Sie Geheimnisse entschlüsseln, die über unser Universum hinausgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschheit dafür bereit ist. Es ist, als wäre alles Menschliche an mir entfernt worden. Hein? Ja? Ja? Untertitelung des ZDF, 2020